Ich heiße Daniel Lugo und ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie arbeiten hart. Und das Leben, was gibt es Ihnen dafür? Eine große Portion Schande mit Scheiße als Beilage. Seien Sie kein Schwacher, seien Sie ein Macher. Ich hatte eine Frau und zwei wunderschöne Töchter. Gott sei Dank hab ich mich scheiden lassen, denn jetzt hab ich sieben hübsche Hühner, unter denen ich wählen kann. Wahnsinn. Der Kerl versteht mich. Wir haben doch was Besseres verdient. Ich auf jeden Fall. Mr. Dorbe, nehmen Sie momentan Steroide? Hat das Zeug mich fertig gemacht? Wer braucht mein Eier, um mir zu erscheinen? Meine sind eher Rosinen. Wenigstens sind die ihre mit Schokolade überzogen, also... Oh Gott, Entschuldigung. Wir werden kleingehalten von Leuten, die sich ihren Reichtum ergaunert haben. Das werde ich ändern. Wir können den doch nicht kidnappen und seine Sachen klauen. Doch, können wir. Wir sind Krimineller. Wir brauchen was, um Menschen zu shoppen, kampfunfähig zu machen und einzusperren. Teaseln Sie mich! Teaseln Sie mich! Evil ist unterwegs. Hattung! Wo ist der? Nach hinten! Ihr habt den falschen BMW. Wir dachten, das wäre sein Auto. Der Wagen sieht genauso aus. Walk into the club like, what up, I got a big cock. Diese Typen haben alles mitgehen lassen, was man ihnen gehört hat. Danke, Kumpel. Das ist alles notariell beurkundet und die genießen das jetzt. Ich werde es dir besorgen. In just style. Was ist los mit euch Clowns? Schnell, schnappt ihr den Gartenflag. Damit du Bescheid weißt, du kriegst erst einer von die Nuss und gehst K.O. Hast du Blödsinn geraut? Ja, sicher. Ein bisschen vielleicht. Die haben mein Zeh erwischt. Da sieht man die Knoten. Na du Kleiner? Hast du Hunger?